Ist das hier Kultur oder sogar Kunst? Und was hat das mit dem Buch jetzt zu tun? Das finde ich heute raus, denn ich treffe mich mit Gregor Karcius, der hat das Buch geschrieben und unseren Professor für Game Design Dr. Rudolf Inders. Und die haben da echt viel zu zu sagen. Bleibt dran! So, ich bin jetzt hier mit Rudolf Inders und dem Gregor Karcius und ich habe ein paar Fragen vorbereitet an euch rund um das Thema Gaming und ist Gaming Popkultur, Kultur, vielleicht sogar Kunst? Und meine erste Frage an euch beiden ist, warum spielen wir eigentlich? Was ist das für eine Intent dahinter? Warum tun wir das? Also wenn ich rein von persönlicher Seite das aus sehen kann, ich bin jetzt seit 40 plus Jahren mit Videospielen beschäftige ich mich zumindest, so von Kindesbeinen an durch einen Gaming-Affinen Onkel und habe mich seitdem losgelassen. Für mich war das ein bisschen so eine, ich würde sagen, so eine Verbildlichung der Fantasie. Weil ansonsten, wenn man rausgegangen ist zum Spielen, damals wurde sich Ninja-Filme geguckt und was auch immer ich in den 80ern gemacht habe oder das A-Team und so weiter, ist man natürlich umgelaufen mit seinen Freunden, hat ein bisschen Spaß gemacht, Sachen angestellt. Aber wenn ich ein Videospiel nämlich dran gesetzt habe, habe ich noch eine visuelle Repräsentation gehabt, irgendwas nicht meine Vorstellung direkt, aber die Vorstellung von jemand anderem, wo ich dann mich nicht mehr so sehr im Kopf anstrengen musste und dann interaktiv daran teilhaben kann. Und irgendwie glaube ich, hält sich das bis heute, weil wo kann ich sonst mit meinen limitierten Fähigkeiten ein griechischer Kriegsgott sein oder gegen mechanische Dinosaurier kämpfen? Das ist sonst nicht so leicht möglich. Wie ist das bei dir, Rudolf? Also ich glaube, wenn man generell SpielerInnen fragt, warum sie spielen, dann kommen ganz schnell Schlagworte wie Spaß, Unterhaltung, Eskapismus, Herausforderung. Aber grundsätzlich kann man natürlich festhalten, dass Spiel an sich so super hardwired eigentlich im Menschengeschlecht angelegt ist, wenn man so möchte. Es ist vielleicht sogar das älteste Kulturphänomen. Das ist sehr natürlich. Wir haben es in den jungen Jahren mit dem Tierreich ja auch sehr gemein. Wir explorieren gerne, wir haben gerne Rollenspiele, wir konstruieren gerne als Kinder. Und das setzt sich dann logischerweise und konsequenterweise fort. Aber mittlerweile könnte man die Frage genauso beantworten, warum spielen wir? Weil es mein Beruf ist. Denken wir an E-Sportler zum Beispiel, denken wir an VideospieljournalistInnen, der ganze Bereich oder PR-Leute oder Marketeers. Also hat sich praktisch vom Natürlichen als Berufsfeld ins Private verlagert und man kann es gar nicht mehr so genau trennen. Es ist eine riesige Motiv- und Gemengenlage, warum wir als Menschen und Personen spielen, letzten Endes. Bei dem Talk soll es ja auch so ein bisschen darum gehen, sind Videospiele Popkultur, sind sie Kultur? Aber mich würde mal interessieren, auch gerade du, Gregor, hast ja auch jetzt ein Buch geschrieben, so ein bisschen Historie der Videospiele, moderierst ja auch im Format der Retro-Club und beschäftigst sich viel mit der Geschichte der Videospiele. Wann hat das so aus deiner Sicht angefangen, dass Videospiele Popkultur geworden sind? Also Popkultur impliziert ja so ein bisschen, dass da ein großer Teil von Leuten daran mit teilhaben kann und grundsätzlich, muss man sagen, schon fast direkt beim Start aus, weil wenn du sowas hattest wie Pong in den 70ern, wenn das Quer B jetzt überall in Amerika, in Spielhallen, in Bars verteilt gewesen ist, dann kann man ja schon von Popkultur sprechen. Das war vielleicht dann mehr ein kleines Ausrufezeichen, weil es gab ja noch nichts drumherum, wo man sagen kann, die Industrie und Heimgeräte und Computer und alles, wo sich Leute darauf verteilen. Aber grundsätzlich war dann schon der Startpunkt da gelegt, dass sich das fest in der Popkultur verankern kann. Und ich glaube einfach, weil da nochmal so eine komplett neue Art der Unterhaltung geschaffen wurde, wo man eben nicht was haptisches, was physisches haben kann, sondern eben alles nochmal ein bisschen freier wird, dadurch, dass ein Computer das generieren kann, hat sich das von der Beliebtheit einfach da fest verankert und ist immer weiter und größer geworden über die Jahrzehnte. Rudolf, jetzt hat Gregor auch, guck mal, so mit Pong hat es angefangen, wie hast du das für dich so wahrgenommen und welche Rolle spielt da vielleicht auch der technische Fortschritt dabei, das sich so auch in die breitere Masse aufgeteilt hat, das Thema? Das klingt so, als ob ich natürlich schon aktiv 72 Pong hart gespielt hätte. Ich habe zwar wenig Haare, also Reveal, aber es ist tatsächlich, bin ich ein bisschen jünger, aber ich würde schon auch sagen, dass prinzipiell diese drei Pfeiler irgendwie das ganze Thema Arcade, was in Deutschland eine Spezialstellung einnimmt, weil Spielhallen haben natürlich ein ganz anderes Geschmäckle, wie wir in Deutschland sagen, als in den Staaten oder in Japan natürlich. Und dann die Einführung von Heimkonsolen, Konsolen denken wir an Magnavox damals oder eben auch dann die Heimcomputer. So diese drei Pfeiler haben meines Erachtens dafür gesorgt, dass man dann von einem Kickstart von Popkultur in diesem distributären Sinn auch überhaupt sprechen kann. Und wenn du sagst oder wenn du fragst nach diesem Thema technischem Fortschritt, ich würde schon sagen, dass digitale Spiele und die Hardwarekultur drumherum ein Technologietreiber sind, weil wir auch sehen, dass SpielerInnen zum Beispiel sehr viel Geld in die Hand nehmen, um Neues auszuprobieren. So konservativ sie in manchen Bereichen sind, so lieb gewonnen sie manche Marken haben wie, oh, wird FIFA 23 das Game revolutionieren? Nein, wird es nicht. Aber trotzdem sagt man dann, jetzt schau ich mal, investiere ich mal in diese neue VR, AR, Technologie, whatever und probiere es aus. Dafür sind dann, dafür ist die Industrie dann schon einigermaßen bekannt auch, denke ich. Und deswegen hängen die beiden Punkte schon zusammen. Wie das zusammengeführt wird mit der Frage nach Kultur, ist dann wiederum eine andere. Aber ich würde in diesem Feld auf jeden Fall bejahen. Spiele kann man als Technologietreiber bezeichnen. Also ich kenne das auch so, also ich bin so im Jahrgang 87 bei mir war das immer so in der Schule. Ich habe da so ein bisschen der Nerd in der Klasse auf Super Nintendo gespielt und gerade Mädchen fanden das blöd. Und jetzt so mit dem, wie seht ihr das denn auch so das Thema Mobile Gaming, dass sich das so in die breitere Masse aufgeteilt hat. War da Mobile Gaming vielleicht auch einer der Treiber dahinter? Das ist eine schwierige Frage, weil da müssen wir glaube ich auch nochmal drüber sprechen, so von wegen Trennung, Geschlechtertrennung oder sowas. Ist Gaming was für Jungs oder für Mädchen? Ich glaube, das ist auch mehr irgendwie ein Klischee, was sich über lange Jahre gehalten hat. Jeder hat natürlich gerade zu Schulzeiten seine eigenen Erfahrungen gemacht. Ich bin ein Jahrgang 78 und ich muss sagen, bei mir an der Schule war es so, ob es jetzt Mädchen oder Jungs gewesen, natürlich ein bisschen mehr Jungs, weil man mit denen dann mehr abgehangen ist. So normal hat man es ein bisschen mehr mitbekommen, aber so ziemlich jeder hat damals gespielt. So in meinem Umfeld. Die einen mal mehr, die einen mal weniger. Ich glaube, es ist ein bisschen so, dass sich das mehr geöffnet hat durch Plattformen, dass jetzt die Handys, die sowieso jeder mit dabei hat, auch dann, wo Spiele darauf möglich werden. Oder wenn wir noch den Schritt weiter gehen, wie Facebook dann sich so weit verbreitet hat und auf einmal Leute anfangen, Farmen oder andere Sachen zu spielen. Ich denke, da muss man mit reindenken und sagen, eben dadurch, dass eine viel größere Zielgruppe dann von Games erreicht werden kann, die sich nicht speziell schon von früher darauf interessiert haben. Ich bin als Kind schon drauf geeicht worden und habe mir alles angeschaut und alles mitgenommen und es hat mich auf den Weg geführt, wo ich heute bin. Aber wenn man sieht, was für große Kreise Social Media und Handys und so weiter gezogen haben, sind da viel mehr Leute mit Gaming in Kontakt gekommen. Ich glaube, deshalb entsteht so ein bisschen das Bild, oh, jetzt spielen auch die Mütter dann irgendwie bejewelt auf dem Handy oder Farmen und so weiter. Und das hängt mehr damit zusammen, dass da Zielgruppen jetzt mit Games zu tun haben, die normalerweise es nicht gemacht haben. Meine nächste Frage würde jetzt auch darauf aufbauen, was war jetzt, also die geht auch auch nicht beide, für euch so der entscheidende Titel, wo ihr sagt, das hat das Thema in der breiten Masse bekannt gemacht? Ich glaube schon, dass Pong ein Kristallisationspunkt war. Sowohl für Arcade-Bereich, da gibt es natürlich die ganzen Urban Myth-Geschichten, um verstopfte Arcade-Automaten, die über das Wochenende so viel Münzen gezogen haben, dass wir gedacht haben, die sind kaputt. Aber da waren es einfach nur so viel Münzen drin. Und später, die Umsetzung auf der Atari-Konsole für zu Hause war ja auch ein Mega-Erfolg. Und wenn man sich ansieht, was für Leute aus diesem Zirkel dann auch hervorgingen, wie die später in der Industrie gewirkt haben, ja, der Nolan B-Punkt zum Beispiel, dann ist es einfach, finde ich, in vielerlei Hinsicht so ein Startpunkt, der enorm in die Breite ging. Und das ist jetzt, natürlich könnte man sagen, das ist jetzt ein US-amerikanisches Phänomen, wäre zu diskutieren. Aber auf der anderen Seite könnte man auch sagen, spätestens nach diesem sogenannten Crash, den es, weil manche sagen, es gab ihn auch gar nicht, diesen Videospiel Crash 83, aber das dann spätestens mit dem Reintroducing des Nintendo-Entertainment-Systems, notabene, es taucht das Wort Videospielkonsole da nicht auf in der Bezeichnung, dass dann natürlich der Siegeszug auch von der Seite plötzlich begann. Und das ist vielleicht eine Gemengelage, die man so als Startpunkt schon bezeichnen könnte. Es ist schwierig, da einen Startpunkt konkret festzumachen. Ich würde das fast eher als viele Einschläge oder sowas dann bezeichnen über die Jahrzehnte, die sich dann einfach in der Summe dann zusammengetan haben, weil man ja auch so unterschiedliche Zielgruppen hast. Du hast ja auch schon gesagt, hier von wegen der amerikanische Videospiel-Crash, was etwas war, von dem man heute liest, aber von dem man in Europa so gut wie gar nichts erlebt hat, weil wir damals schon auf Computern hier gezockt haben zum Beispiel. Also der Commodore 64 hatte da nicht mit viel zu tun, aber da gibt es eben wirklich diese Punkte. Brongweit, das ist in den 70ern quasi so der Ursprung gewesen ist und dann treibt sich das weiter. Dann hast du in Japan sowas wie Space Invaders, was da es nochmal richtig entfacht hat. Man hat hierzulande mit dem Commodore 64 gerade bei den Jugendlichen aus den 80ern was gehabt, wo man dann, oh, ich sehe LucasArts Adventures, ich sehe einen Maniac Mansion oder Zack McCracknell, wie sie alles heißen. Das sind so Sachen, wo andere Leute mit reingekommen sind. Bei Menace sind es Super Mario oder Legend of Zelda gewesen, die dann ganz andere Zielgruppen mit reingezogen haben. Wenn man dann mal weiter schaut, gibt es da so immer den einen oder anderen Titel Donkey Kong Country in den 90ern. Wow, das sieht ja aus wie handgezeichnet von Pixar, aber das kann ich jetzt daheim spielen. War so ein Punkt, man hatte Legend of Zelda Ocarina of Time auf dem N64, Ende der 90er, wo man dann auch sagt, was so eine riesige Welt, die kann ich bereisen. Wie großartig ist das? Und da kann man immer weiter und weiter schauen. Ob du einen God of War auf der Playstation 2 nimmst oder auch solche Sachen, eben wie die Sportspiele. So ein FIFA oder ein Madden oder ein NBA Live und wie sie alle heißen, darf man nicht unterschlagen, weil es dann auch ganz, ganz viele Leute zusammengeholt hat. Heutzutage ist das für mich nicht so wirklich groß zu trennen von anderen popkulturellen Ereignissen, wenn es jetzt die große Serie wie Game of Thrones ist oder ein großer Marvel-Film und so weiter da rauskommt. Schau mal dann, wenn als Grand Theft Auto 5 rausgekommen ist, war das glaube ich so eines der Popkultur Dinge, die so mit am meisten Geld eingespielt haben und einfach alles hinter sich gelassen haben. Das zeigt einfach schon, dass es mittlerweile in die Säule geworden ist. Man könnte sogar auch sagen, ich hatte mal ein wirklich hervorragendes Gespräch mit einem nicht zu benennenden größeren Anwalt und er sagte, es ist auch ganz interessant, für ihn ist es auch eigentlich der Beginn von diesen großen Bewegungen, immer dann auszumachen, wenn man sich plötzlich anschaut, wie viel Streitwert steckt plötzlich in, wenn es vor Gericht geht. Also welchen finanziellen Wert misst man diese Sache auch bei diesem Phänomen? Also nochmal von einem ganz anderen Blickwinkel drauf geschaut. Und da lesen Sie sich, wir kennen ja alle diese Krimis, wer bringt Tetris auf den Gameboy zum Beispiel? Es gibt ja wahnsinnige Kriegsgeschichten. Diese ganzen Adaptions- und Portierungsgeschichten hinter den Kulissen, was da für Sachen immer, für irgendwie Hotel-Deals, schmutzig um fünf Uhr früh, betrunken mit Wodka-Unterschriften, schnick, schnack, schnuck. Das sind alles spannende Phänomene, die man vielleicht erst Jahre später dann überhaupt mal zu lesen oder bekommt oder mitbekommt, weil niemand darüber gesprochen hat, weil es dann Daily Business war. Aber so im Nachhinein eingeordnet sieht man dann schon, wo es richtig Phänomene anfangen, so richtig groß zu werden. Ihr habt jetzt beide schon oft so Pong angesprochen und amerikanischen Markt, deutscher Markt. Wie seht ihr denn auch das Thema Popkultur gerade im internationalen Vergleich? Also ich glaube, wir Deutschen sind da eher so ein bisschen die verhaltenere Kultur. Aber so, wenn man sich jetzt Japan oder den USA betrachtet, ist das Thema da immer noch größer oder würdet ihr das mittlerweile auf der gleichen Stufe sehen? Das ist eine ganz gewaltige Frage, weil also ob man da eine befriedigende Antwort findet, weiß ich nicht. Ich versuche jetzt mal Folgendes festzuhalten zu wollen. Und zwar, Deutschland hat insofern eine große Herausforderung, so kommt es zumindest mir vor. Abseits der Fachpresse wurde über digitale Spiele lange in, sagen wir mal, zwei großen Kontexten gesprochen. Da erinnern wir uns alle daran. Das eine Thema war Abhängigkeit, Slash-Sucht als Schlagworte. Das andere Thema noch unangenehmer war natürlich Gewalt. Und aufgrund dieses massiven Drucks bei diesen zwei Themen hat sich da was Interessantes getan, was ich sozusagen als entschuldigend, also apologetisch informieren würde. Weil man hörte dann oft von Freundinnen und Freundinnen der Spielkultur ging es immer darum, Moment, Spiele können mehr. Spiele können Auge-Hand-Koordination, räumliches Vorstellungsvermögen, schnellere Reaktion, prosoziales Verhalten. Also man hat wirklich tausend und eine Nacht erfunden. Stimmt, mag ja auch alles sein. Das ist schon so. Aber diese Art und Weise damit umzugehen, sozusagen um Spiele nützlich zu machen, genau darum geht es. Also wenn es nützlich ist, dann ist es okay zu spielen. Ja, so wie Lernsoftware, Vokabeltrainer. Also alles dieses biedere deutsche Thema, wo du denkst, hat das wirklich Spaß gemacht? Und wem hat das Spaß gemacht? Und dann hat es so einen kleinen Bedürfnis, einfach so einen Emanzipationsschritt um zu sehen. Spiele müssen nicht nützlich sein, Kunst muss nicht nützlich sein, Kultur muss nicht nützlich sein, weil es sind einfach andere Kategorien. Aber da tut man sich traditionell, habe ich das Gefühl, immer noch ein bisschen schwerer als vielleicht in anderen Territories. Dafür haben dann dort die Kollegen vielleicht andere Herausforderungen. Viel zitiert, USA, oh Gott, oh Gott, hier haben wir einen Nippel. Ja, um Gottes Willen, die Kinder werden sterben daran. Ja, du hast es eigentlich schon ganz gut zusammengefasst. Man muss einfach die verschiedenen Territorien sich sozusagen angucken. Und wenn man speziell auf Japan und die USA blickt, mit den kulturellen Hintergründen, aber auch das waren sozusagen die Wiegen der Computer- und Videospiele, Amerika ausgehend mit den ganzen Sachen mit Atari und dem ganzen Umfeld, was drum herum gewesen ist, das rüber geschwappt nach Japan. Und die haben ihre ganz eigene Kultur dann gemacht mit NES und mit Mars-Systemen und mit Super Nintendo, wie sie alle heißen, was wieder dann auf die ganze Welt sich verteilt hat. Hier in Deutschland allgemein würde ich sagen, dass wir heutzutage, das habe ich ja am eigenen Leib ja mitbekommen, da ich so das Privileg hatte, mit Videospielen gemeinsam groß zu werden, mit dem Ursprung. Und ich habe alle Phasen sozusagen so von Fan- und Spielerseite dann miterlebt. Und dass gerade so die ältere Generation dann... Es ist so ein bisschen der nächste Buhmann in den 70ern und 80ern gewesen, nach den bösen, bösen Videotapes und Horrorfilmen, die dann alle Leute verleitet haben und verroht haben, die Jugend. Aber auch so ein bisschen wie das das gesellschaftliche Umgehen mit diesen ganzen Sachen ist. Eine ältere Generation, die nicht so ganz versteht, was da... Womit man sich unterhält, dass es keine frühzeitig, keine vernünftigen Regularien gegeben hat. Dass die USK, die ist ja erst in den 90ern dann eingerichtet worden, war erst ab Anfang der 2000er rechtskräftig überhaupt, dass man dann Ratings verteilen kann, wo man sagen kann, hey, das ist für Kinder geeignet. Und vorher wurde sowas grundsätzlich... Ah, das schießt jemand in der Kriegssituation auf kleine Pixelhaufen. Ich glaube, das muss zur Bundesprüfstellung, muss auf den Index gesetzt werden. Und ich kann zum Beispiel die andere Seite, da ich aus Griechenland auch ursprünglich stamme, wenn ich in den Urlaub gefahren bin, dann zu den Verwandten nach Griechenland, dort überall Spielhallen verteilt. Und ich habe dann ein bisschen so diese andere Seite mitbekommen, wo sich die Kids alle treffen und dann gemeinsam Spaß haben und Street Fighter und Bubble Bobble und die anderen Sachen spielen. Und hier war es mehr im Freundeskreis auf die Kinderzimmer verteilt. Und man muss erst mal sehen, wie wird das dann in den nächsten Jahren und Jahrzehnten dann werden. Und ich denke, heutzutage hast du eine größere Akzeptanz, vor allem weil Leute jetzt auch in den entscheidenden Positionen sitzen, die damit groß geworden sind und das auch einordnen können. Nichtsdestotrotz bleibt immer noch so ein gewisser deutscher Restmuff, nennen wir es da mal über. Restmuff ist schön. Wir haben vorhin schon mal über das Thema gesprochen, so verschiedene Genres. Du hast auch so FIFA und Sportspiele angesprochen. Inwieweit, also wir hatten ja auch diese Trennung, Geschlechtertrennung und vielleicht auch andere Genres. Inwieweit haben denn Genres auch einen Einfluss auf diese Accessibility und auch auf das Thema, dass es eben breiter kulturell gestreut wird? Absolut. Also du hast natürlich auch, man partialisiert ein bisschen, wenn man sagt, oh, die Amerikaner mögen Sportspiele sehr gerne oder die Japaner Action Games und so weiter. Es ist aber nicht komplett falsch zu sagen, man hat so gewisse Genres in Deutschland. Und man sieht, Deutschland ist bei aller persönlichen Präferenz, die man haben kann, ein PC-Land, ein Computerland, wo man dann, oh, wir mögen Strategiespiele hier, wir mögen Aufbausimulationen, nicht umsonst sind, welche der größten Serien aus Deutschland, sowas wie Anno und Die Siedler. Und sowas trägt sich dann auch entsprechend weiter. Und dann kann man es auch so ein bisschen so daran festmachen, dass du dann, du auch den Landwirtschaftssimulator, den U-Bahn-Simulator, den Straßenkehrer-Simulator und wie sie alle heißen, sehr, sehr groß auf der Gamescom übrigens gewesen, dann hier hast. Und das kann man schon so ein bisschen einkategorisieren. Nichtsdestotrotz, das verteilt sich natürlich auch umso weiter. Und das ist nicht nur auf diese Kerngenres dann bezogen, aber man kann so ein bisschen dann ausmachen, dass man vielleicht, wenn man eine gewisse Zielgruppe im Auge hat, dann sagt, wenn ich ein Aufbaustrategiespiel mache, was über Millionen von Jahren gespielt werden kann, In-Game-Zeit, dann lass uns auch mal an die Deutschen denken. Der Genre ist überhaupt, also auch Genre, der Begriff Genre ist für die Forschung ein extrem interessanter, weil er auch durchaus umstritten ist. Es gibt ja auch Leute, die, ich nenne keinen Namen, dass der Begriff Genre einzig und allein die schmutzige Erfindung der Marketing-Abteilungen war, um Zielgruppen besser zuschneiden zu können. Die Wahrheit liegt vermutlich irgendwo dazwischen. Aber gerade bei Spielen ist es ein spannendes Thema. Wenn wir zum Beispiel an Film denken und wir denken an Western-Genre oder Sci-Fi als Genre, dann sind damit ja eher bestimmte Topo oder bestimmte Settings verbunden. Aber wenn wir beim Thema Spiele sind, erwarten wir so Expectation Management als SpielerInnen damit auch bestimmte Spielmechaniken. Und das macht es gleich so ein bisschen anders wieder. Wir erwarten von einem Shooter nicht nur, dass irgendwie hinten Leute stehen und eine Waffe hochheben, sondern wir erwarten, dass wir zum Beispiel als zurückschießen können meinetwegen. Und das macht es schon wieder viel spannender. Generell wäre es mir aber wichtig zu sagen, dass diese Accessibility, über die wir gesprochen haben, es wäre natürlich spannend und auch meines Empfindens nach wirklich hilfreich, wenn nicht nur, wenn man sagen würde, es gibt mittlerweile Spiele für jeden, jede und jedes, sondern dass auch auf der Produktionsseite einfach jeder, jede und jedes Spiele machen kann. Das wäre mir persönlich einfach mittlerweile die viel wichtigere Sache, dass man da so ein bisschen niederschwellig wird und dafür die vorher beschriebene Technikfrage. Da leben wir eigentlich in ziemlich coolen und privilegierten Zeiten, weil die Technik es uns möglich macht, auch heute, zum Beispiel Twine oder so, einfach richtig coole, schöne Spiele auch zu machen, ohne viel Vorerfahrung. Und auch distributionsmäßig können wir uns an Plattformen ranhängen und unsere Spiele dort veröffentlichen. Dass natürlich auf Steam gefühlt jeden Tag 400 Millionen Spiele erscheinen, ist dann halt die Kehrseite wiederum. Ja. Gregor, du hattest es vorhin noch angesprochen, so diese große popkulturelle Ereignisse, GTA 5 wurde released und hat auch super, super viel Geld eingebracht. Wo würde man denn jetzt eigentlich so ein bisschen noch unterscheiden zwischen dem Genre Film und dem Genre, also jetzt über Genres, aber dem Medium Film und dem Medium Spiel? Da verwässern sich ja auch so ein bisschen die Grenzen gerade. Aber wo würdet ihr das noch am stärksten zueinander trennen? So ein bisschen die Gerichtenfrage, die man sich seit vielen, vielen Jahren stellt, seit langer Zeit, ist eben so, sind Videospiele Kunst? Dieses Totschlagargument so von wegen, da gab es so viele Diskussionen, gerade von der ersten Seite aus von wegen, können Spiele überhaupt Kunst sein oder kann man da so eine Intention dahinter setzen, wie es mit einem Film oder wie es mit einem Kunstwerk, einer Skulptur, einem Bild sein kann, wo man hingeht und das auf sich wirken lässt und dann löst es was aus. Kann es so gesteuert sein, wenn man die Interaktivität dann mit dazu packt? Wenn ich es eben von Gamer-Seite aus betrachte oder jemand, der eben dann viele Videos spielt, ich glaube alleine, dass du die Interaktivität hast, gibt ja viel, viel mehr Möglichkeiten, dann einfach einen Effekt zu erzielen bei Leuten, weil es einfach dann viel involvierter sein kann. Das kann vielleicht nochmal, also man muss damit natürlich einbrechen als jemand, der Kunst schafft, was bringt die Person, die am Controller sitzt, das Headset auf, vor dem Computer ist, vor der Konsole, vor dem Fernseher, da mit rein und wie vermengt sich das zusammen und was passiert dann insgesamt damit? Ich denke da, dass speziell Videospiele einfach durch die Interaktivität oder manchmal auch den Mangel an Interaktivität, es gibt auch durchaus dann Games, die dann nicht klassisch sind. Ich muss 200 Manöver auswendig lernen und sehr schnell einen Zeigefinger haben, sondern die einfach um das Anschauen einer Geschichte sich drehen, wo ich Entscheidungspunkte habe und sage, das geht da oder da weiter. Und diese Varianz mit der Interaktivität hat schon eine ganz klare Trennschärfe gegenüber, wenn man so einen Film guckt. Nichtsdestotrotz, ich glaube, dass so ein GTA wahrscheinlich, so ein Grand Theft Auto, könnte natürlich auch als Film absolut erfolgreich sein. Nicht umsonst ist da sehr, sehr viel an Inspiration vom Film reingeflossen und Zitate und Referenzen und Verbeugungen gegenüber. Aber als Videospiel funktioniert das umso viel besser, weil Leute durch die Interaktivität noch ihr eigenes Ding draus machen. Das hört sich so klischeehaft dann wieder an, das ist auch so ein Marketingwort, aber mach deine eigene Geschichte. Und ich glaube, wenn man Kunst an dem Schaffen von Kunst beteiligt ist oder beteiligt sein kann, kann das für bestimmte Personen viel mehr wert sein, als wenn man sich jetzt einfach hinsetzt und konsumiert. Ja, dieses Schlagwort der Interaktivität ist innerhalb der Forschung auch ein sehr umstrittenes tatsächlich oder überhaupt der Interaktion, weil zu Recht haben manche, sagen wir mal, fachfremdere Wissenschaftler in den Finger gehoben und gesagt, naja, also wenn das Argument nur ist, ich muss den Controller hochnehmen, damit irgendetwas auf dem Bildschirm passiert. Wenn es so einfach ist, dann argumentiere ich in Zukunft auch, ich muss das Buch aufschlagen, um es zu lesen. Also das kann nicht der gesamte, das kann nicht der Trick sein sozusagen, da muss noch was dahinter kommen. Aber trotzdem liest man in sehr vielen Einführungen eben, ja, Gaming ist das eine Ding, das eben ohne den Spieler funktioniert. Das Spiel praktisch nicht, da kommt kein Spiel zustande, wenn der Spieler, die Spielerin nicht aktiv es spielt, wenn er sozusagen Gameplay betreibt mit dem Spieler. Und gleichzeitig stellen wir natürlich fest, dass diese angesprochenen, das sind keine Experimente mehr, diese Narrative-Driven-Games, bei denen es eher darum geht, sich einigermaßen gemäßig laid back in der Couch so, und dann entscheide ich mich Punkt A, B, C, D. Trotzdem würde man da auch noch sagen, ja, also so richtig linear im Vergleich zu einem Film ist es ja auch nicht. Aber was ist es dann genau? Und es wird sehr viel Energie drauf verschwendet, in Anführungszeichen zu überlegen, was es genau ist, statt einfach mal zu sagen, also solange ich es genießen kann, dann mache ich es doch einfach. Lasse ich mich drauf ein. Genau, ihr habt jetzt so ein bisschen aus der Historie raussprungen viel von Singleplayer-Spielen, dieses Alleinerlebnis, ich spiele ein Spiel und erlebe eine Geschichte. Jetzt ist aber auch eines der größten Phänomene und einer der größten Faktoren ja diese Multiplayer-Games. Genshin Impact, Fortnite ist ein Riesenthema, mein Sohn spielt es wie verrückt, und das ist ja auch ein riesiges popkulturelles Phänomen, allein dieses Game an sich. Inwieweit, würdet ihr denn auch sagen, haben die Communities da auch einen Beitrag dran, dass sowas zu so einem popkulturellen Phänomen wird, das eben nicht nur das Spiel an sich ist, sondern auch das ganze drumherum, was sich da bildet? Ja, also Competition oder sich gegeneinander messen ist ja schon auch vor Online-Internetzeiten in Videospielen ganz groß gewesen, hier in Deutschland durch die Spielhallen eher weniger. Aber dann hat man eben im heimischen Kinderzimmer, ich kann mich an komplett durchgespielte Nachmittagen mit Street Fighter 2 erinnern und andere Sachen, die man miteinander oder gegeneinander gespielt hat. Das Schöne fand ich bei Video- und Computerspielen ist es, wenn man gerade in den Wettstreit getreten ist, dass da komplett andere Skills abgefragt werden, andere Fähigkeiten, dass da gewisse körperliche Defizite beispielsweise nicht mit rein spielen. Ich als etwas korpulenteres Kind damals hätte vielleicht meine Probleme gehabt, den ganzen Tag auf dem Fußballplatz zu stehen. Aber nichtsdestotrotz kann ich vielleicht mich damit ausleben, wenn ich dann ein FIFA an der Konsole oder am Computer dann spiele. Und heutzutage, wenn man vor allem noch die Online-Anbindung mit rein nimmt, wo dann Leute sich über den ganzen Erdball miteinander messen können oder wo du mal einfach so ein Spiel gegeneinander oder miteinander abends nach der Arbeit im Internet kurz bewerkstelligen kannst. Das ist etwas, was ganz, ganz enorm zusammenschweißt. Du hast natürlich auch die Leute, die dann komplett drin aufgehen können, wenn sie dann ein MMO spielen, ein Online-Rollenspiel, was dann viel Zeit in Anspruch nehmen kann. Ich merke es dann bei mir, das ist dann etwas, wo ich dann auch schnell da reinfallen kann. Und dann vergehen mal etliche Stunden daran, was auch ein Vorteil ist, ein soziales Kommunikationstool vielleicht, wenn man auch dann vielleicht nicht die Gelegenheiten im richtigen Leben hat oder zumindest nicht mit Gleichgesinnten zusammenkommt. Weil so findet man Gleichgesinnte und kann sich austauschen und mehr ausleben, ob in Competition, ob miteinander, wie das ausschaut, als wenn man es nicht hätte. Ja, ich möchte an dieser Stelle eine Lanze brechen für Koop und Kampagnen. Das ist sozusagen, weil es einfach mein Steckenpferd ist, egal ob Gears of War oder Halo früher. Das war für mich immer das Großartigste. Die großen Storys, die großen Kampagnen im Koop-Modus auf der Couch. Das war immer mein Thema. Gibt es leider immer weniger, aber das sind einfach die Klagen eines alten Mannes. Damit muss ich mich irgendwie abfinden. Gleichzeitig stelle ich fest, die Community, ja, das kann unheimlich empowernd sein. Man bekommt so einen richtigen Rausch oft, wenn man in einer richtig großen Community ist. Man macht viel zusammen und man hat einen Referenzpunkten gemeinsam. Gleichzeitig ist es immer so auch die Frage, das kann auch kippen. Das sind dann oftmals, unabhängig von der Größe, auch richtig große Communities, werden dann oft zu einigermaßen inklusiven Zirkeln, bei denen es gar nicht so leicht ist, noch reinzukommen. Also da werden dann schon oft zu Legitimitätsdebatten auch geführt. Bist du überhaupt würdig Teil unserer Community zu sein? Also wo es ins Toxische gleiten kann, muss natürlich nicht, bin ich gesagt. Aber das ist die Gefahr schon, finde ich, nicht von der Hand zu weisen. Aber das war ein guter Punkt, dass man schon lange natürlich vor Online-Zeiten bei einem Winter Games 2 sich abgewechselt hat, kompetitiv. Und so manchen Pro Controller knack, dann einfach mal über den Jordan geschickt hat. Deswegen gut, dass es einfach generell die Spielelandschaft eine ist, die so viele Möglichkeiten zulässt. Wenn man das machen möchte, wenn man im E-Sports oder wenn man in großen Online-Rollenspielen sein Zuhause finden möchte, Gilden zum Beispiel fantastisch, war ich auch lange Zeit sehr aktiv. Aber genauso kann man eben allein für sich sein Tic-Tac-Toe irgendwie auf dem Mobile-Phone spielen. Und jeder findet da more or less sein Zuhause. Das ist eigentlich das Schöne an der Spielkultur insgesamt. Ja, die Varianz, wie du gesagt hast, ist eben wirklich das Wichtige. Also es wird natürlich primär von der Industrie getrieben, in welche Richtung sich solche Märkte entwickeln. Weil Spieleentwicklung wird nicht günstiger. Gerade je realistischer die Spiele werden, die Systeme aufwendiger. Sony hat aktuell, wo wir es aufnehmen, ihre Playstation 5 einfach mal teurer gemacht, die immer noch so schwer bekommen kann. Inflation, wir wissen es. Aber nichtsdestotrotz, man muss schon in den Invest gehen, um da mitzumachen. Da guckt die Industrie, okay, womit kann ich auch das meiste Geld machen und viele Leute erreichen? Klar, wir wollen tolle Spiele machen, aber wenn du mit einem World of Warcraft richtig Asche machst, dann machen wir doch lieber so ein Spiel als ein Narrative-Driven Singleplayer-Game, die ich persönlich bevorzuge. Ich bin so ein bisschen weniger der Multiplayer-Spieler, muss ich sagen. So ab und zu mal traue ich mich da so ein bisschen dran, aber wenn man so auf Sozialphobien oder sowas dann achtet, auch komplett Voice-Chat ausgeschaltet, das ist dann doch dann too much für mich. Aber dann schaut man eben, wenn die Industrie dann schaut, was funktioniert. Wir hatten dann Wellen gehabt, wo alles dann Online-Ego-Shooter gewesen sind oder wo viele Firmen versucht haben, das nächste große Multiplayer-Online-Rollenspiel zu machen. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, dass sich das sehr schön verteilt hat. Wenn man ein Online-Sportspiel machen möchte, da gibt es was. Wenn man ein Rollenspiel machen könnte, gibt es was. Es gibt genauso die Narrative Experiences, Grafik-Adventures, Visual Novels, Singleplayer-Triple-A-Games, wie man es nennen möchte. Ich sitze gerade dran an The Last of Us Remake, was jetzt noch ein Klassiker vor zehn Jahren noch mal modernisiert. Also ich bin wieder total gepackt, wie es vor zehn Jahren gewesen bin, obwohl ich mit gar keinem zusammenspiele. Und wir haben heutzutage wirklich die Qual der Wahl. Es ist auch tatsächlich etwas, was ich, da werde ich auch nicht müde, meinen Studierenden mitzugeben. Es ist für Game DesignerInnen, also angehende Game DesignerInnen, einfach extrem wichtig, sozusagen die schwarze Psychologie zu kennen. Wo kann man denn die Spieler catchen und SpielerInnen gut catchen? Aber das ist ein Wissen, man neigt dazu, das auszunutzen. Wenn wir an das ganze Thema Lootboxen zum Beispiel denken, die Diskussion ist riesig. Und wir sehen ja auch, offensichtlich sind SpielerInnen noch nicht, in Anführungszeichen, ganz vorsichtig formuliert, emanzipiert genug, um zu sagen, nein danke. Weil wir sehen ja, was ein Diablo Immortal, wir sehen ja, dass es offensichtlich anhand der Zahlen, die die produzieren, wir können es doch so sehr verdammen oder für ethisch fragwürdig halten, der Rubel rollt. Und wenn SpielerInnen nicht aufhören, da zu investieren, welches Unternehmen, und gibt es nicht auch noch so Moralwashing-mäßig, wird da sagen, stoppen Sie sofort die Maschinen. Wir verdienen damit zu viel Geld. Ich würde das nur nicht rein auf Spielende dann beschränken. Das ist eben das, was nochmal dann deutlicher ist. Aber ich glaube, das ist eher ein Wesenszug vom Menschen an sich. Nur da haben die Leute, die solche Spiele produzieren und dann nicht auf Lootboxen oder die Möglichkeit, Leute zu schröpfen, verzichten, das haben wir nochmal eher im Blick. Es gibt bestimmt tausend andere Bereiche, wo Leute anderweitig geschröpft werden. Gregor, du bist ja auch Spielerjournalist, du arbeitest für den Online-TV-Sender Rocket Beans, der sich vorhin auch mit dem Phänomen Gaming beschäftigt. Du hast deinen eigenen YouTube-Kanal, Gregor RPG Heaven, wo du auch Let's Plays machst. Inwieweit sind denn auch Let's Plays, Udo schätzt das eben auch so das Thema, gemeinsam diese Koop-Spiele spielen? Aber im jeden Fall hat vielleicht auch dieses Phänomen Let's Play da einen Platz eingenommen, dass man sagt, man erlebt auch ein Spiel gemeinsam mit dem Lieblings-Let's Player, mit dem Lieblings-Influencer, wie auch immer. Let's Play ist wirklich ein sehr interessantes Phänomen. Also als jemand, der jetzt auch seit sehr vielen Jahren Let's Plays macht, als auch konsumiert. Aber ich habe für mich zum Beispiel primär gefunden, dass ich die lieber gerne mache oder so, weil ich sowieso auch in der Gaming-Berichterstattung aus Leidenschaft dabei bin. Kommt so eben zustande, dass ich gemerkt habe, oh, mir macht das Berichten über Spiele und Meinungen zusammenfassen mindestens genauso viel Spaß als das Spielen an sich. Das muss man auch haben, wenn man das als Beruf gerne ausüben möchte. Und wenn ich ein Spiel spiele, das hat nicht viel anders, wenn ich ein Let's Play aufnehme, als wenn ich mit einem Kumpel zusammensitze und wir dann so unseren Kommentar darüber machen, schau dir das mal an, wenn ich das alleine mache. Manchmal gibt es ja auch Let's Plays zu zweit. Mein geschätzter Kollege Simon Kretschmer. Wir spielen dann alte Trash-Perlen aus den 90ern mit richtigen Schauspielern und so weiter und setzen uns da hin und reden so, wie uns der Mund da gewachsen ist. Und wir haben dabei Spaß. Wenn jemand sich so ein Let's Play dann anguckt, dann ist es wie so etwas Transformatives. Man schaut sich nicht nur das Spiel an, sondern auch, wie die Leute da reagieren, die spontanen Situationen, die dabei entstehen. Und es kann so ein bisschen Komfort haben. Nicht umsonst, das ist nicht unbedingt dann meine Zielgruppe gewesen, aber jemand wie Gronkh, der durch Let's Plays so groß geworden ist, durch seine Art, seine Natur, wie er spricht, wie er Sachen dann verdeutlicht, wo Leute das als Wohlfühlprogramm hatten, wenn sie aus der Schule zurückgekommen sind, dann machen sie mal das nächste Gronkh-Let's Play an. Bei mir war es früher, ich mache MTV an und habe Musikvideos geguckt. Heute guckt keiner MTV mehr. Heute werden Let's Plays geschaut und wecken bei manchen Leuten vielleicht dann auch den Spaß am Produzieren, am Machen. Und man hat so eine schöne Wechselwirkung dadurch, dass auch die Spieleberichterstattung demokratisiert wurde durch das Internet. Ist ja auch eine wunderbare Sache, wo es dann früher sehr limitiert die Möglichkeit gegeben hat, außer im eigenen Freundeskreis dann zu sagen, oh, das Spiel gefällt mir so oder so oder ich habe diese konkrete Meinung und dann haben es nur die Handvoll Leute gehört. Heute kann jeder sich selber broadcasten über YouTube, über Twitch, über Social Media und so weiter. Und die Let's Plays sind auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiges Standbein. Nicht umsonst ist ja jetzt Twitch ganz, ganz groß geworden. Es sind ja essentiell ganz lange Let's Plays mit ganz, ganz vielen verschiedenen Sachen, wo man auch dann seine Zeit verbringen kann. Da muss man wahrscheinlich noch mal sprechen. Kannst du vielleicht gerne ergänzen, was jetzt so parasoziale Beziehungen angeht. Im Speziellen dann, wo Leute dann sich quasi so Freundschaften darauf projizieren, mit den Leuten, die sie dann, also Zuschauer, Konsumenten, mit den Leuten, die da produzieren. Und wie viel ist da eigentlich an einer sozialen Beziehung da oder nicht. Da kann es auch gewisse Fallstricke geben. Nichtsdestotrotz aber habe ich persönlich das Gefühl, dass Let's Plays so eine ganz schöne neue Farbe im letzten Jahrzehnt so gegeben haben, was das Gaming nochmal auf eine neue Stufe gehievt hat. Im Grunde hast du es eigentlich ganz schön gesagt. Ich habe übrigens Shoutout zu Bruga, habe ich heute morgen wieder ein bisschen Horror geguckt. Das ist insofern sehr interessant, weil ich das Gefühl habe, dass gerade aus Sicht der Forschung, das sind jetzt nicht immer Let's Plays, aber die Form, die Art und Weise, wie auch Nichtforschende mit dem Thema Spiel auf YouTube oftmals umgehen, das sind dann oft so Berührungspunkte zwischen Spielanalyse und ein bisschen Spieljournalismus, aber auch so Fragen aus der Spielforschung. Und die haben da ihr Format gefunden und das ist eine ganz spannende Art der Coverage über digitale Spiele. Und wenn wir jetzt wirklich konkret über Let's Plays sprechen, dann ist es für mich immer so eine Art von erweiterter Spielkultur. Das macht es, man hört ja ganz oft, wenn man da nicht drinsteckt so ein bisschen, aber das ist ja nicht echtes Spielen. Dann muss man natürlich eigentlich sofort vehement widersprechen. Echtes Spielen, das ist ein Konstrukt. Es gibt kein echtes Spielen. Wenn du Spaß beim Zugucken hast, wie irgendwie derjenige oder diejenige, der du seit tausend Let's Play Videos zuguckst, irgendwie das macht und du hast eine gute Zeit dabei. Oder es läuft einfach wie ein Radio im Hintergrund. Dann ist es einfach Teil der normalen Mediennutzung eines Mediencocktails, den du genießt und es ist einfach eine andere Art und Weise. Und diese Beziehungen stimmt. Also es ist bockschwierig, weil natürlich die Art und Weise, wie man das Vollzeit macht, wenn man damit Geld verdienen möchte, dann ist man natürlich so ein bisschen schon darauf angewiesen, eine einigermaßen fast schon intime Art und Weise von Beziehung aufzubauen zu seinen Fans. Aber daraus leiten einige wenige, um Gottes Willen keine Mehrheit, leiten daraus auch so eine Anspruchshaltung ab. So, ich sehe dich beim Essen zufällig im Viertel und ich quatsch dich voll mit der Mittagspause. Oder ich stehe vor deinem Haus eine halbe Stunde. Ist ja alles schon passiert. Ist ja nichts Neues. Und das ist wieder, werde ich vielleicht auch nicht müde zu betonen, das ist halt Teil vom Erwachsenwerden. Das ist wie so Fans auflauern. Das ist nicht angenehm für keine Parteien. Aber da gerade beim Thema YouTube sind die vielleicht noch mehr darauf angewiesen, weil sie begeben sich in die Hand von einer Company, wenn diese nämlich abstellt, wenn der Kanal zugemacht wird. Dann schauen wir mal an, wo dann erspart ist oder wo die Einnahmequelle plötzlich bleibt. Also das ist ein ganz diffiziles Thema. Spiel auch nochmal mit rein natürlich, wie das Ganze monetarisiert wird mittlerweile. Einfach, wo Leute früher angefangen, ich mache ein Let's Play und dann gibt es vielleicht, oh, ich kann tatsächlich ein bisschen was verdienen. Dann gibt es so eine Handvoll Euro YouTube-Werbegeld und so weiter. Mittlerweile haben ja auch die ganzen Firmen erkannt, die dann sagen können, oh, wir können Werbung bei einem Streamer oder bei einem YouTuber platzieren oder da gibt es diese Kooperation und so weiter. Und dann wird es wieder so ein kleines bisschen schwieriger für mich, weil was diese ganzen Firmen erkannt haben, die jetzt auf einmal Probleme bekommen, weil keiner mehr richtig Fernsehen guckt und wo sie alle ihre Werbemillionen dann platzieren können, um ihre Existenz zu rechtfertigen. Lass mal gucken, wie wir das dann in diesem Bereich machen, weil durch die parasozialen Beziehungen, das funktioniert ja auf Basis des Vertrauens und von wegen dieser, oh, das wirkt wie jemand, der authentisch ist. Das ist ja das, weswegen Leute dann einem beim Spielen zugucken. Hey, diese Personen sind so, wie sie sind. Sie verstellen sich nicht und so weiter. Und da hat man so ein mehr Grundvertrauen und das wissen dann auch die Firmen, wo sie sagen, oh, wenn Bibi mir erzählt, dass diese Schminke richtig toll ist, Bibi ist doch meine Freundin. Deshalb kann ich als Unternehmen bei dir meine Schminke platzieren und dann wird das umso mehr gekauft. Kann sein, dass, also ich denke mal, das wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten dann auch nochmal kippen, weil diese Authentizität kannst du nicht ewig aufrechterhalten, weil es dann auch gewisse Personen dann auch gibt, die dann, ja, sich verbiegen entsprechen, wenn das ganz große Geld dann reinkommt. Und dann hast du nicht mehr diesen Freifahrtschein von wegen, oh, Internet und Streamer und so weiter sind perfekt. Deshalb muss man schauen, wenn jetzt das große Geld nach und nach da rein fließt, wie sich dieses Ganze dann nochmal wandeln wird in der Zukunft. Ja, viele SpielerInnen, also mittlerweile haben sie natürlich auch schon erkannt so ein bisschen und hinter die Kulissen geblickt. Aber es gibt gar nicht so wenige, die immer noch ein sehr romantisches Bild davon haben, von dieser Beziehung PR-Abteilung und Let's Player. Aber tatsächlich ist es mittlerweile einfach eine Geschäftsbeziehung oftmals. Wenn ich als PR-Mensch, sag ich mal, meinen Titel da platzieren möchte, dann ist auch oftmals so, dass ich gar nicht mehr mit dem Let's Player oder Let's PlayerIn selbst spreche, sondern ich spreche mit dem Netzwerkmanager, der NetzwerkmanagerIn oder dem persönlichen Manager und dann werden einfach Kampagnen eingebucht. Und manchmal ist es auch nicht schlecht, weil es ist eine Geschäftsbeziehung, die dann halt professionell als Geschäftsbeziehung funktioniert. Entsprechend wird sie auch gekennzeichnet und so weiter und so weiter. Das Schwierige ist genau da so der Graubereich, wo es nicht so ganz klar ist, es ist ein Freundschaftsdienst oder finanzieren die gerade meine nächsten Radkappen irgendwie. Das finde ich total schlimm und schrecklich. Und das war auch was, was ich immer gehasst habe in der Arbeit auf Industrieseite. So dieses super schmierige In-between. Aber der Markt hat sich absolut professionalisiert und es wird auch noch weiter wachsen. In die Breite, in die Höhe, man weiß es nicht, aber ja. Ja, wo wir über den Markt sprechen, ich habe das auch so ein bisschen gesagt. Du hast vorhin gesagt, Spieleentwickler ist auf der einen Seite immer einfacher geworden, aber komplexe Spiele werden immer teurer. Aber wie schätzt ihr denn auch gerade den Markt in Deutschland ein? Also bis zum Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen, liegt gerade die Gamescom zurück. Das war jetzt letzte Woche und das ist ja auch die größte Videospielmesse international. Die findet in Deutschland statt. Wie ist aber denn eigentlich der deutsche Markt, wenn ich jetzt auch zum Beispiel für das Studium Game Design entscheide, sage ich will in diese Branche als Entwickler. Wie sind denn hier in Deutschland eigentlich die Optionen? Also wenn man zum Beispiel dem lieben Felix Falk und dem Game Bundesverband glauben darf, dann war das ein gutes Jahr. Es ist zwar so tatsächlich, dass immer wieder gerungen wird um das Thema zum Beispiel Förderung. Das war früher sehr bundeslandabhängig, wo man saß als kleines Studio vielleicht. Jetzt soll dann das Thema bundesweite Förderung ein Thema, um da sein Spielstudio auf die Beine zu stellen. Die Zeiten sind dafür besser als noch vor ein paar Jahren. Es haben auch viel mehr junge Menschen Interesse daran an dem Beruf. Game Designer, Game Designerin. Es gibt zahlreiche Ausbildungsmöglichkeiten. Früher war das oftmals auf private Institutionen beschränkt. Heutzutage gibt es aber auch Angebote aus dem, sagen wir mal, öffentlichen Raum dazu. Wie qualitativ hochwertig oder nicht das jeweils ist, hängt natürlich davon auch ab, wie motiviert die Studierenden selbst in diesen Bereich reingehen, ob sie lernen wollen. Weil allein ein Titel Bachelor Game Designer, Game Designerin zahlt noch keine Miete. Also Spielbegeisterung an sich reicht noch nicht. Man muss wirklich auch willens sein, lernen zu wollen. Und man kann unheimlich viel lernen. Es gibt unheimlich viel, was man lernen kann in allen möglichen Bereichen. Darum würde ich sagen, das ist durchaus ausbaufähig. Aber diese Lage insgesamt ist schon in den letzten Jahren wesentlich besser geworden. Das ist interessant zu hören. Ich kann das natürlich auch nur rein äußerlich betrachten, weil ich nicht besonders viel mit Spieleentwicklung zu tun habe. Aber ich schaue mir natürlich sehr gerne an, gerade wenn was aus deutschen Landen entstanden ist. Hier in Hamburg, wo wir gerade sind, ist ja auch Daedalic zum Beispiel. Wir haben ja auch sehr, sehr viel seit Jahren selbst gemacht und gepublisht. Teilweise auch größere Titel. Ich glaube bei denen entsteht, wenn ich mich nicht irre, gerade das nächste Herr der Ringe Spiel mit Gollum zum Beispiel. Das ist ja auch eine ganz, ganz große Lizenz. Das ist jetzt von der Gamescom direkt zurückgekommen, finde ich es immer schön. Wenn man gerade im Indie-Bereich die kleineren, kreativeren Spiele, wo auch der Invest finanziell nicht so groß sein muss, wo man sagen kann, ey, jemand mit einer Idee oder ein kleines Gespann von Leuten kommt zusammen, kann irgendwie eine Finanzierung auch machen, vielleicht sogar crowdfunded, was ja mittlerweile auch ein legitimes Ding ist. Wenn man Leute von seiner Idee überzeugen kann und dann sich direkt von seiner Klientel erstmal bezahlen lassen kann, ohne dass man dann mit einem Publisher zusammenarbeiten muss oder Fördergelder holen muss, da ist die Chance größer und ich habe sehr viele schöne kleine Sachen gesehen, was davon zeugt, dass der Ideenreichtum auch hierzulande vorhanden ist. Was Fördergelder angeht, habe ich immer so ein bisschen den Eindruck, gerade in Deutschland wird es gefühlt, korrigieren möchte ich da gerne, so ein bisschen Marketing mäßig gemacht, also Marketing in der Richtung aus, wenn ich an den DCP oder sowas denke. Wenn du, dann gibt es so Kategorien wie Serious Game und wie sie da genannt werden und nicht, dass irgendwelche Spiele, die dann einen ernsthaften Hintergrund dann haben, irgendwie schlechter sein sollen als welche, wo es dann, was geht darum, ein populärer Schuh-Schnür-Zuh-Simulator, whatever. Woher kennst du mein Spiel? Dein Spiel, jetzt habe ich dir eine Idee geklaut hier. Also nicht, dass es da irgendwie, die eine Kategorie ist besser als die andere, aber ich habe das Gefühl, in Deutschland werden gerne Gelder dazu gegeben, wo man sagt, ach guck mal, Games können auch sowas sein. Ja, wenn es sich da darum dreht, dass Geschichte aufgearbeitet wird und so weiter. Und vielleicht dann so, eventuell kann die Nadel mal ein bisschen in eine andere Richtung gemacht werden. Wenn es dann mal Jahre gegeben hat, vor langer Zeit, glaube ich, das beste deutsche Game beim DCP, dann Spec Ops The Line, was von Jager in Deutschland gemacht wurde, was ein Ego-Shooter gewesen ist, aber ein Ego-Shooter mit dann entsprechend nochmal extra einer Message dahinter. Und fast schon, ich glaube, man sprach so ein bisschen von Antikrieg-Shooter damals. Das sind so ein bisschen die Ausnahmen gewesen. Das war der einzige Fall, gefühlt, wo man dann auch mal in ein eher populäres Genre gehen kann und sowas dann mal gewürdigt wird. Und eventuell sehe ich es dann auch falsch oder so. Wie gesagt, weil ich verfolge das nicht so direkt. Ich habe es immer nur am Rande, das Gefühl. Aber für meinen Eindruck ist es so, dass wenn dann Fördergelder vergeben werden, dass die dann meist eher so sich darauf hinrichten, wie können wir nochmal zeigen, dass Videospiele mehr sind als einfach nur Spaß? Ich glaube, da ist was dran. Aber ich glaube, es funktioniert in beide Richtungen. Also man kann auch diesen, wenn man es als Vorwurf überhaupt lesen möchte, zurückgeben und sagen, wo sind denn die Spieleentwickler, die sich an schwierige, herausfordernde Themen herantrauen, wie zum Beispiel Depression als Krankheit. Die kann man wahrscheinlich an einer Hand abzählen. Wieso passiert das nicht? Und die Antwort, die ich einigermaßen klar mittlerweile geben kann, ist, dass wir immer noch ein Problem damit haben, wer letzten Endes Spiele macht. Das ist einfach zu wenig divers meines Empfindens nach. Und es hat damit zu tun, dass eben unterschiedliche Themen dann nicht den Platz mal eingeräumt bekommen sollen oder den Platz haben, den sie bekommen sollten. Weil es ist nämlich herausfordernd, so ein Thema als Spiel aufzulegen. Da muss man sehr viel Hirnschmalz benutzen. Wie setzt man denn zum Beispiel ein Krankheitsbild in eine Spielmechanik um? Wie sieht da so ein Game-Loop dazu aus? Das sind wichtige, essentielle Themen, an denen kann man so viel lernen. Aber es wird noch viel zu selten gemacht. Und das hängt natürlich dann auch ab mit diesem Vorurteil, wenn wir sowas machen, dann werden wir auch vielleicht so eine Ecke geschenkt. So The Health Games wollen wir eigentlich gar nicht sein. Wir wollen auch irgendwie den nächsten coolen Parallax auf dem Mobile-Selbstgemacht-Shooter, keine Ahnung was, haben. Aber nochmal Doppelpunkt. Letzten Endes, ich glaube von einer sehr breiten Spiellandschaft letzten Endes, ja profitieren alle Entwicklerseite wie SpielerInnen seien. Und in die Richtung sollte der Zug noch stärker, sagten wir, der Zug noch stärker gehen ist doch keine Redewendung. Das sollten wir nicht weiterfahren. Weiterfahren. Stärker fahren, länger fahren. Mehr Sprit im Tank oder E-Auto oder so, weiß ich nicht. Wir wissen worauf wir genau. Aber es ist noch eine gute Überlegung zu meiner letzten Frage tatsächlich schon. Die abschließende Frage, wo geht aus eurer Sicht denn die Reise hin? Also, oder wo würdet ihr euch auch wünschen, dass die Reise hingeht? Ist es so, dass sich vielleicht dieser ganze Indie-Markt, der ja auch relativ groß geworden ist und auf der Nintendo Switch ein Riesenthema, sich so ein bisschen durchsetzt, wodurch auch viele kleine Spiele eher das Ding werden? Und jeder findet so ein bisschen auch seine Nische, was er spielen möchte? Oder sagt ihr so, irgendwann sitzen wir alle in Fortnite, weil das ist das quasi der erste Übergang ins Metaverse mit Fortnite? Ja, ich finde es ganz gut, dass sich mit den Jahren einfach die Indie-Büchse der Pandora sozusagen geöffnet hat. Und das, was ich vorhin gesagt habe, dass sich Spiele-Berichterstattung demokratisiert hat durch das Internet und alles drum und dran, hat sich auch Spieleentwicklung demokratisiert durch verschiedene Outlets, ob es dann Crowdfunding ist oder dass Leute übers Internet zusammenfinden, dass manche Spieleentwickler-Teams nicht in einem Büro sitzen müssen, sondern sich dann komplett auf den Erdball verteilen und trotzdem Spieleentwicklung möglich ist. Und man wird dann auch natürlich auch diese großen Kraken wie so ein Fortnite haben. Was übrigens, also ich bin persönlich kein Fortnite-Spieler, aber ich finde es immer faszinierend, wie zum Treffpunkt das geworden ist. Mir ist ganz persönlich ehrlich lieber ein Fortnite als das Metaverse, was jetzt ja auch das große Schlagwort ist, als wenn Mark Zuckerberg kommt und sagt, wir machen da, das wird unsere Facebook-Werbe-Plattform, die wir haben wollen. Etwas eher, was so gefühlt ein bisschen organischer gewachsen ist, wenn es in die Richtung geht. Du hast dann auch deine riesen Blockbuster mit großen Budgets, deine GTAs, die dann jahrzehntelang entwickelt werden, die natürlich dann auch nochmal eine andere Hausnummer sind, aber dadurch, dass man das so weit verteilt hat mittlerweile, auch was du gesagt hast von wegen, wie divers die Hintergründe dann auch sein können, wie die persönlichen Ansichten sind, wie so ein Videospiel auszusehen hat, was man machen kann, die Tools, die dazu verfügbar sind, die ganzen Engines, die man dann teilweise auch umsonst mittlerweile benutzen kann, also Programmiergerüste, wo man dann sagen kann, hey, ich habe schon mal so ein richtig gutes Fundament, ohne die Mathematik neu schreiben zu müssen, um da eine Gleichung zu lösen. Da glaube ich, dass wenn man auf einen gewissen Zielpunkt sagt, wo geht die Reise hin? Ich sehe keinen Endpunkt dafür, die Reise ist das Ziel sozusagen dabei, aber die Reise wird immer mehr Leute mitnehmen, die in diesen Zug einsteigen und immer mehr Leute, die dann bei dem Twitch-Stream von diesem Zug zuschauen sozusagen. Ich würde auch nichts weniger auf konkrete, da bin ich auch zu schlechter Prognostiker, um das irgendwie vorhersagen zu können. Wenn ich mir ansehe, dass jetzt irgendwie um ein Grundstück in Roblox neben Snoop Dogg zu kaufen, 400.000 Dollar fließen, dann, gut, fällt mir das Rückenhaar natürlich auch aus vor Schreck, aber andererseits, hard earned money kann ich spenden, wo ich möchte. Ich glaube, um das nochmal wirklich fett zu unterstreichen, das wäre mir echt das Wichtigste, nämlich dass der Zugang zur Herstellung von Spielen einfach noch breiter und niederschwelliger wird. Jeder, der das Spiel machen möchte, soll es einfach in Zukunft machen können. Unabhängig davon aber damit wirtschaftlichen Erfolg kann da niemand garantieren. Vielleicht greift es der Milliarden Reichweiten starke YouTuber, Twitcher, Streamer auf, vielleicht aber auch nicht, aber das kann nicht das einzige Entscheidungsmerkmal sein, warum ich überhaupt Spiele machen möchte. Aus Forschungssicht wiederum kann ich ganz klar sagen, dass da immer noch ein riesen Gap ist zwischen Spielforschung und Spieldesign. Der begann überhaupt nicht so, weil letzten Endes kommt die Spieleforschung auch zu einem gewissen Anteil aus dem Gamedesign heraus und wenn sich wieder mehr SpielforscherInnen dazu entschließen können, einfach mal selber Hand anzulegen sozusagen, dann wäre das eine Vision, die ich sehr spannend fände und sehr gut heißen würde und vielleicht aus meiner Sicht damit zu beschließen. Ein sehr schönes Schlusswort. Da sind leider am Ende. Es war ein super Talk. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Das war super informativ. Wenn ihr jetzt da draußen Bock bekommen habt auf das Thema, der Rudolf wird bei uns noch ein paar einzelne Videos auf dem Kanal machen. Gregor, dich kann man bei Rocket Beans finden oder auf Brex RPG Heaven auf YouTube. Genau, die nehmen in der meisten Zeit entweder dort im Stream oder mit Reviews, Let's Plays, Podcasts auf plauschangriff.de, würde ich gerne nochmal erwähnen, wenn sie es anbietet, wenn irgendwas, was ich sage, auch ohne Bild funktioniert. Und natürlich, danke nochmal für's erwähnen, gerade, wo wir es aufnehmen, frisch rausgekommen, der zweite Band vom ABC der Videospiele, mein Buchprojekt im Jahr 2022 des Herrn. 1984 hieß es bei Ghostbusters, gedruckt ist es tot. Anscheinend nicht, glaube ich. Aber auch ein Projekt, was ich als jemand, der früher gelesen hat und durch Videospielzeitschriften überhaupt, dass zu dieser ganzen Sache gekommen ist, weil ich die so gern gelesen habe, habe ich das ganze Zeug gemacht, was ich mache, hat mir das die Möglichkeit gegeben. Ja, sehr schönes Buch. Also wenn ihr gerade über die Geschichte auch nochmal von den Videospielen erfahren wollt, wo kommt das Ganze her, kann man das sehr gut empfehlen und einfach mal einlesen. Ich bedanke mich. Wenn ihr uns noch nicht folgt, dann abonniert den Kanal, kommentiert, wenn ihr noch Fragen rund um das Thema habt und wir freuen uns, wenn ihr auch im nächsten Video dabei seid. Tschüss.